oder auf menschlich übersetzt willkommen zurück zu zelda dem menisch camp nachdem wir nun endlich eine birne gegessen haben und nur mit dem menisch reden können fragt mich nicht ja soll ich hier reingehen um mit diesem typen zu reden und durch sprechst nicht wahrer den menisch hier gibt es zwar nichts aber bitte bleibt doch und ruht euch aus nein nein vielen dank aber wir sind in eile mein name ist ein selo und das ist mike müssen präsentierter vom fluch des hexenmeisters befreien wir wollen jetzt im wochen das schwert im menisch hier reparieren lassen also ist das hier sind wir kommen um das schwert reparieren zu lassen um das heilige schwert zu erschaffen braucht er die vier elemente die elemente erhalten enthalten die energie dieser welt in konzentrierter form wenn man diese kraft auf das schwerte beträgt wird das das heilige schwert ich kann euch sagen wo sich die elemente befinden das wäre nützlich klar gerne vier stück und eins direkt hier das erdelement ist im schreien nördlich vom haus des priesters priester fester würde ich sagen wir zum schreien kommt im schreien wurde inzwischen ungeheuer deshalb gedacht wenn er das erdelement gefunden hat kommt wieder zu mir ja okay in ordnung das hört sich doch super an da ist über so pilze ein bisschen vorstelle das ist ja alles extrem winzig ja das stimmt okay also du willst mir sagen wo ich zum ersten landen kommen ja wahrscheinlich hinter ihm oder zum schreien ja richtig das recht was gut auf den ungeheuer das habe ich schon noch niemand gesagt das sage ich dir das ist nämlich gefährlich ach nee ja hier willst du vergleich wie klein wir sind wie klein dieser ort eigentlich ist obwohl er sich alle fühlen die große stadt da kann ich nicht sagen hier geht es nicht lange geht es aber durch eine abkürzung hier hin da können wir nicht lang das ist ein riesiger fluss für uns im moment was ist das hier nichts okay keine ahnung macht nichts ach du bist der dungeon das kleine häuschen hier okay das ist aber cool gemacht hier vor allem die details in grafiken ich mag das einfach und tatsache wir sind schon direkt in dungeon 1 angekommen hier ist also der wald schreien ihr soll monster leben was ist doch nicht ich bin ja bei dir na gut da gehe ich eben vor wir gehen zusammen ja du musst dich schon entscheiden was macht link dafür eine pose ich kann die schieben okay ich kann die wasen schieben auch gut zu wissen vielleicht brauche ich das irgendwann mal ich kann da auch durch rollen zu gesehen das ist er cool warte mal rein ich kann dir nicht kaputt schneiden dafür bin ich zu klein aber jetzt geht das game hier sind richtig los glaube ich was hat ihr für welche er gibt es von schnecken zu sehen die für mich aus Das wäre ein Wald-Dungeon. Oh, was ist das? Ein Schalter? Das wäre irgendwie Wände oder so. So sollen. Ein Schatz. Und damit meinen die nicht euch. Sondern den hier. Einen Key. Erfst, verschlossene Türen und Barrikaden in diesem Dungeon. Ja, so wie die Tür hier oben. Hallo, eine verschlossene Tür. Ja. Danke. Wird das Offensichtliche. Na gut. Wenn wir das heilige Schwein wieder herstellen wollen, sollten wir das Erdelement suchen. Wie er ist der Mönchälteste gesagt hat. Da hast du recht. Aber da sind wir doch eigentlich jetzt auch gerade, oder? Hier sind so viele von diesen Würmern. Kann man diesen Hebel vielleicht rausziehen? Drücke eher, um den Hebel zu greifen. Drücke zusätzlich nach unten, um zu ziehen. Ich bin immer noch kein Fan davon, dass man R drücken muss für so ziemlich alles. Weil ich will eigentlich A drücken für alles, aber A und B ist für die Items. Ist ja auch in Ordnung, aber ist trotzdem komisch. Ich kann ihn greifen. Kann ich ihn aber auch ziehen? Na komm, wie groß ist denn der? Warte, das Küchen. Na komm, na komm. Nein? Oder warte, ich habe eine andere Idee. Waaaah! Pfff! War vor die Nase aufgeprallt. Aber wir sind doch durchgekommen. Warte. Geh noch für ihn. Okay, dann hat er nicht. Irgendwie habe ich es vorhin kaputt gerollt. Ich weiß auch nicht, wie ich das gemacht habe. Noch mehr von euch. Schnecken. Schleimis. Ah, cool. Abgürzung. Döööö. Was bist du denn für einer? Die anderen sagen schon pervers. Also, was bist du denn? Ey, hau mal ab. Ich kann ihn nicht schlagen. okay ich lass ihn mal da macht mir irgendwie angst die welche rüber langsam oder springt rum das ist ein riesiges fass hätte ich vergessen nicht das fast ist groß wir sind so klein ja richtig okay ich hab nur die blätter abgefackelt ich dachte gleich verkehrt das ganze haus oder fass jemals alles eklig komm ich da hin schnell genug hoch latschen okay das ist eine abkürzung müssen wir erst mal schaffen ist alles so dreckig wir wollen staubsauger oder sowas wie wärs denn damit bonk bonk warte mal du machst das kumpel da scheint geklappt zu haben wenn wir schnell zurück aber es ist freigesetzt das was hat sich bewegt ja krasser effekt für den gbl game schon oder jetzt noch mehr noch mehr noch mehr ja so war anders was bist du da sie aus dem doktor mario virus so ein monster dass die ruhe da kommt ich hätte noch weitermachen können aber ich habe mir nicht getraut obwohl das ein herzteil viele haben wir eigentlich von denen dass wir sehen beim zwei herzteile da gibt es im map was noch nie das ist nur das was wir bisher gesehen haben es gibt noch einen keller und erdgeschoss wo wir noch nicht waren ok interesting was sagst du dazu ja du weißt doch was ja ok hier macht mich den fehler machen sondern man muss er gedruckt halten und dann halt nur schiebe pad oder steuerkreuz besser gesagt bloß lassen nachdem man spielt hat allerdings geht es auch noch lange riesige küste mit der dungeon karte blaue räume hast du bereits getreten und ein raum der blink zeigt an würde ich gerade befindet wählen schock mit aus mit den steuerkreuzen ja okay das haben wir gerade gemacht aber jetzt soll ich es eigentlich erst machen okay ja so ein kleiner hammer hier oben ist wahrscheinlich der boss und da unten wartet auch noch irgendein geheimnis auf uns aber wie komme ich denn da hin schaut mal da ist eine tür ah ja von da oben kann ich da einfach durch ok da muss ich aber erstmal lang kommen irgendwie na gut warte mal jauh so wir können hier noch lang schon gibt es auch noch was interessantes schönes für uns also jetzt mal ganz ehrlich wenn wir ganz ganz klein sind und das hier pfützen was ist das hier dann habe ich darauf gespuckt hat ein mensch drauf gespuckt und das ist das dann oder oder wie soll ich mir das von der höhe her vorstellen hätten was hat die schade stellen könnten dann greift mich an naja wir haben doch vorhin mitbekommen dass wir die vasen schieben können also statt die wasen kaputt zu machen für einen herzen sowieso nicht brauchen einfach als brücke benutzen ha ha schlau schlau er hat er an dicken zu greifen ja ich sage dir das nur noch mal weil ich habe das dumm hast du jetzt gefördert ja die dinger können wir greifen oder wir werden einfach gegen ja Jetzt sind wir wieder raus Ah, warte Wir sperren uns ein Für den Kee Ja, jetzt wieder raus So, wo haben wir den Kee? Ich hab's doch vergessen Irgendwo brauchen wir einen Kee Wisst ihr noch wo, Kinder? Wahrscheinlich irgendwo hier hinten, oder? Warte, man kann sich nach oben War oben? Ne, Kee-Door? Oder was war oben? Warte, ich guck nochmal Weil ich hab's leider gerade wieder vergessen Wie Ach nee, da kommen wir nicht lang Oh, das ist nett, Geld nehme ich ja natürlich an Schön viel Geld Unten rechts sehen wir übrigens nicht viel Geld wir haben Hab ich nie gecheckt, aber ja Ein Schlüssel und 50 Geld 50 Rumpirchen Okay, warte, lass mal schauen Vielleicht kann ich hier noch woanders lang Und das hier Okay, ich krieg's nicht auf Wirst du so ein Hamster, also ein Hamsterrad Wird auch so ein bisschen mitgenommen Ne, hier ist glaube ich nix mehr Okay Also irgendwo, wo ich was verpasst habe Ah, da war ich gar nicht, warte mal Da komm ich aber hin, ne? Wenn ich den oberen benutze hier Achtung Da komm Nein Ich muss zum oberen Komm, 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 komm Haar ausgedrecks Haar Nee, ich muss da rechts lang Wait 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 Nee, ich bin Was ist mal Ich muss kurz überlegen Nee Rechts gab's noch ein Tor Und ich mich hier so bewege Kommt ja dann irgendwann mal so ein Loch Wo ich durch kann Tatsache Okay, sorry, hab ich übersehen Ist meine Schuld Ah, jetzt können wir die Abkürzung schaffen Finally Hallo Nein Okay Du fährst nicht durch Aber ich habe einen Schlüsselkühl Für Äh Können wir da rein Nee, ich halte nicht so Aber wir können ihn ja mitnehmen Äh JAHU Ah, zu weit Blum Okay, pass auf, was noch rein JAHU Okay, hat geklappt Das ist ein Schalter Für eine Brücke, nett Und die bringt mich jetzt noch mal hier rüber Und was habe ich hier so schönes zu erwarten Habe ich den Film weggerollt Ich schwöre, ich habe die Film weggerollt Irgendwie funktioniert es nicht mehr JAHU Ich weiß hier noch ein Weg Karte Okay, wir können auch gleich backtracken Alles gut, alles gut Sollte eigentlich alles passen Bisher Ding Muss er weg Ich lasse ihn mal Ich glaube, der soll bleiben Wow, wie viele Aua Ich bin auf meinem Kopf gesprungen Eklig Äh Weg mit euch Verschwinde Was sind das so fächer, Mann Machen wir Angst Wait Ja, jetzt verstehe ich es Okay, der muss weg Link kommt nicht mehr Keine Kraft So, und jetzt müssen wir ihn da rüberschieben Und jetzt können wir durch Aha, let's go Was zum Minibus Drei von diesen komischen Digimon Ey, was seid ihr für Viecher, Mann Was ist mir drüber Am besten schieben Wenn ihr anfangen Auf uns rüber zu dashen Wollen wir noch nicht noch ein Herz verlieren Aber das Spiel soll eigentlich einfach sein Einfacher als das, was wir schon gespielt hatten Von daher Alles gechillt, alles easy Und ja, bisher ist der Deutsche auf jeden Fall ziemlich easy Wir haben das ein Key Wahrscheinlich können wir ihn hier oben benutzen, oder? Hier bin ich nämlich extra noch nicht lang gegangen Weil auf der Kale sieht man Das ist oben wahrscheinlich Das letztes lange geht Und das war auch der Fall Oha Na komm Hey, kann mich schon drehen mit Verwirrung Ähm Hey, geht's hoch? Ah, ist eine Treppe? Oh, Leute, ich nicht gesehen Das ist eine Treppe nach unten Aha Da ist eine riesige Kiste Und das ist ein Jan-Mar Hilfe Okay Okay, das ist easy Achso Kann ich auch liegen lassen? Verdammt Warte mal Ich hab's verkackt Warte, ich fasse es nochmal neu Ich fasse es nochmal neu Wir sind bestimmt alle wieder da Wenn ich wieder zurückgehe, oder? Hin und her Ja Ja So, ich glaube Das schieben wir Dass wir durch sind Und jetzt Ne, keine Ahnung Äh Äh Das funktioniert nicht Wie komm ich da ran? Hm Äh Okay, ich komme hier nochmal zurück Ich gehe jetzt mal nach links lang Weil hier bin ich gerade ein bisschen stuck Gehen wir es mal nach links Weil wir haben noch ein Key Vielleicht können wir den links immer benutzen Und dann hilft es uns weiter Es kann ja immer sein Einfach mal wissen, dass wir kunden Schadet nicht Aber Ich brauchst du nichts, man Aber ich finde es sehr interessant Dass man immer nur ein Viertel Leben verliert Ich habe nicht irgendwie auf Easy oder sowas gestellt Das ist die ganz normale Schwierigkeit Ich glaube, keine Schwierigkeitsoption Keine Ahnung, ob man die erst Nachdem man das Spiel durch hat Freischaltet Aber ja, man Man tankt halt Super viel Aber man muss auch dazu sagen Man fängt nur mit drei Herzen an Anders als bei Skyward Zahn, wo man mit Fünf oder sowas anfängt I don't know Ah, danke fürs Weilen Okay, ihr hilft mir nicht weiter Da unten ist die Tür, die wir nicht aufbekommen Wahrscheinlich Hier Können wir lang Ja, komm, dann gehen wir wieder hier lang Ja, komm Mach auf Lass mich mal A drücken Ich muss A drücken Was bist du denn für eine Aua Bist du der Boss Was, aber bin ich schon beim Boss Ich wollte zu dir noch gar nicht hin Wahrscheinlich müsste ich deinen Hinterteil angreifen, oder? Deine Kerze da Oder seine dicke Nase Haha Deine dicke Rudolf Nase Und jetzt dein Herz Es ist ja rot Der Vick films böse Aufpassen Jetzt Bamm Und Aua Wer hat sich natürlich Das kommt bleibt stehen Bleib stehen Aua Aua Er kann doch durch die peripheral Bisschen so aus Jetzt stirbt war er der endboss oder war nur so ein zwischenboss ok keine ahnung aber auf jeden fall erhalten wir den staubsauger a.k.a. den magischen crew den kennen wir ja schon um den zug zu aktivieren und lass ihn los und das angesaugte wegzuschießen naja ich muss eigentlich sagen da wir das schild nicht so oft benutzt haben würde ich einfach mal sagen machen das so oder genauso damit können wir die ja jetzt können wir den dreck weg machen ich kann ja so aufladen wir sind ja ein bisschen aus wie so ein pirenia pflanze die so saugen ist oder war noch ein bisschen was er weg vielleicht ist hier hinten noch irgendwo was versteckten geheimer gang oder sowas können wir noch vorstellen den hier konnte ich weg mal oder an ihm muss nur weiter weg stehen mehr ist ja nicht okay alles gut aber hier ist derzeit das dreier zeile noch eins und hast ein herz mehr plus ich kriegte heilung aber warum ist denn die tür war die ganze zeit offen aber hier brauchte ich ein kiefer oder habe ich es falsch verstanden und die tür unten zu naja ist jetzt auch egal okay warte mal das heißt doch jetzt haha schaut mal freunde wo ist ein schalter verstecken sich sachen haha den kopf abgezogen zwei kisten zehn mysteriöse muscheln erhalten wozu so etwas gut ist keine ahnung für den merk oder so und zehn weitere geht keine ahnung was will ich mit magischen muscheln magische miesmuschel werde ich 10 likes auf dieses video bekommen fragt doch einfach noch mal heute wie wärs wenn ich nicht nachfragen sondern erst einfach tut und dann muss ich fragen dann passiert es einfach wie wäre es da wo ist ein portal oder zumindest sieht das so aus ich glaube rechts war nichts mehr oder und nein das war übrigens nicht der boss das war nur ein weiterer zwischen boss und bis dann hier immer alles weg saugen auch diese komischen perversen dinge und ihn auch sind drei stück von ihm so ein bisschen tut man weiß und sonst gab es im portal ja ich kann mich erinnern unten bei boss kampf unten rechts da kann ich ja mal hin schalter schalter der war geheim 20 mysteriöse muscheln vielleicht können die austauschen so irgendwie geben und dann sagt er uns auch cool du hast du mir mitgebracht dafür gebe ich dir jetzt ein herz oder so was das könnte ja sein die respawn die ganze zeit aber also ich glaube um das herz zu bekommen müssen wir noch mal jeden ganzen weg entlang warte wir können direkt hier rechts die tür benutzen hier war doch nein aber da ist doch dieses ding okay sorry freunde dann dann habe ich mich wohl vielleicht kommt das ja noch das kann ja auch sein keine ahnung ist hier noch irgendwas oder hier kommen wir mit dem ding jetzt hier irgendwie weiter ich kann das ja nicht öffnen ich kann das nicht aktivieren nichts ich hab auch nicht schieben oder so kann ich euch auspusten hilft das kann euch alle hier weg bringen das hilft aber eigentlich nicht euch hier weg schießen damit warte ich bin blöd oh gott ich kann was ein du siehst muss ich interessante dinge finden du gestalte ist dir an cool oh gott das habt ihr alle nicht gesehen okay oh da ist irgendwas böses aus papyrus oh mein gott hello hier oben links ist es animiert link und dann da so ein skelettkopf naja freunde beim nächsten mal werden wir diesen dungeon beenden und schauen ob ich noch mehr blabieren werde bis dann